Wie in der Hölle so auf Erden Florenz wurde dir zu früh genommen, aber wenn du in Teufel glauben darfst, kannst du sie noch retten. Allerdings wird nur ein wahrhaft legendärer Trupp das Fegefeuer zerstören können und dein Vater ist ein mächtiger Krieger mit eigenen Plänen geworden. Ja, wir haben da auch ein wenig unterstützt, muss ich mal so sagen. In diesem bin ich einfach mal neugierig, was sonst noch so passiert. Wir lassen den Schwierigkeitsgrad normal, weil das ist wenigstens fair. Wie du ein wichtiger Charakter hast, musst du beim Szenario von vorne anfangen. Das ist ja immer so. Es ist schwerer Schaden erleiden, aber mit der Zeit macht diese FV zu stärker. Ach, lassen wir nochmal. Alles ist gut. Alles war noch nicht verloren. Alles war noch nicht verloren. Wenn Purgatory zu werden, Florent würde sich beitragen, Florent würde sich beitragen. Es war nur ein Fisch. Nur die deaden können in Purgatory in Purgatory. so to fulfill his plan and upset the order of nature he needed you half living half dead to do his dirty work you'd only get one shot at this to make sure you didn't fail you set out to find a cadre of legendary gunmen to put together the ultimate posse meanwhile the undertaker still searching for some measure of redemption struck a blow against the evil forces massing against humankind the enemies that remained came together to end him once and for all chased wounded and trapped in an abandoned fort he awaited their final offensive the battle field echoed with rallying cries of your father's enemies okay wir haben ist ein einer kaliber und wir haben einen sechs schüssigen dazu elixir der heilung all raune das ist eine angleichung jeder hat nur noch ein gesundheitspunkt okay vielleicht später ausweichen brauchen wir eigentlich auch nicht und serienkiller ist was er ist ein angreifspunkt in zwei klicks punkte zurück okay wie viel sehen wir ich bin mir sehr sicher dass der darin geschützt ist weil das pentagramm ist ja nicht nur ein siegel sondern ist ja auch ein schutzsymbol was wo ist denn ach so du hast noch eine blutvieh hole ich muss noch sagen es wird mich interessieren was jetzt passiert bestätigen wir haben zwar drei viertel von uns an glück eingebüßt aber es wird mich interessieren ob es auch mit den blutfühlen funktioniert aber zuerst mal den da ach super war nette idee aber nicht richtig brauchbar ja war logisch war logisch und ich bin dann nicht interessieren für was die blutfühlen gebraucht werden das werden immer mehr ja 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 ich glaube jetzt können wir uns gleich hoch ich glaube wirklich jetzt wäre ich überrund Okay. Sehr spannend. Mal schauen, von welcher Seite sie jetzt wirklich kommen. Aber die stürmen sicher da hoch. Ihr könnt es mir sonst nicht anders vorstellen. Also gut, da hinten war noch jemand. Ihr weiß jetzt wirklich nicht, von wo sie kommen. Ihr habt keinen einzigen Blickfeld. Ihr werdet da in den Turm auch so flüchten. Ja, und da sind sie unten drunter. Leider habe ich jetzt null Deckung. Aber zum Glück habe ich Glück. Wir stellen uns da rein und können zurück feuern. Dachte ich. Da ist er ja schon, der Pelzebub. Okay, leider haben wir kein Glück. Na gut, da muss ich die Viole drunter glauben. Wir wechseln dann in die andere Ecken wieder her. Okay, das war jetzt unnötig. Aber trotzdem war es dein Ende. Nur noch drei. Das ist machbar. Da geht doch noch jemand. Na los, komm raus. Komm raus, komm raus, wo immer du bist. Da ist noch jemand. Jetzt erstmal wieder so eine Viole. Ich hab nämlich so ganz komisch den Gedanken, dass man da mit der Viole erst den Dämon richtig töten kann. Also zwei Violen fallen noch. Uh, schmerzhaft. So, tut mir leid. Ne, tut's nicht. Oh, ne, 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 ne. Oh, ne, 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 ne. Und eine Flasche Pferdepisse. Flüchtige Sonne hat vollständig auf. Dann sporen wir uns das noch. Ist der jetzt wirklich der letzte? Na, einer ist noch um ein Doch. Einer muss noch am Doch oben sein. Okay. Uh, okay. Jetzt können wir wirklich die... ...das andere Lebenselixier nehmen. Ich war es vollständig. Füllt 10 auf. Mein 10 ist ja schon nicht wenig, aber trotzdem. Das war falsch. Das muss ja sowieso alles durchgeladen werden. Wir haben ja fast volles Glück. Ja, und fast keine Gegner mehr. Ja, tut weh, gell? Das war all das. Die Imag를 nicht geben. Danke. Danke. Danke.